Oh, ein Fluss! Wie komme ich denn über diese Herausforderung hinaus? Leute, wie überkehre ich das? Und ich habe nichts im Inventar! Oh, nein! Oh, shit! Ah, oh mein Gott, Alter! Wäre ich bloß nur drei Jahre alt oder sowas, damit ich hier rüberschwimmen könnte und... Oh, krass! Ich habe es geschafft! Ich bin rübergekommen! Oh! Boy! Bin sick! Bin wohl ein Jahr alt oder so! Ist dieser YouTube-Shot ein Symbol dafür, dass desto jünger man wird, desto kompliziert macht man die Sachen anstatt einfach rüber zu schwimmen? Weil selbst der 99-Jährige wäre schneller rübergekommen... Man muss anscheinend zehn Jahre alt sein, um eine Impulsgranate zu benutzen, um über einen simplen Fluss zu überqueren. Wäre mal ein bisschen älter, hätte man gewusst, dass man sich die Impulsgranate auch sparen kann, weil man einfach drüber schwimmen kann. Man kann die Sachen auch kompliziert machen. Mein Chef hätte mich windelweich geschlagen, der hätte mich sowas von tot geprügelt, hätte ich auch nur so lange gebraucht, um meinen simplen Fluss zu überqueren. Mehr lernt man in der Arbeitswelt tatsächlich effektiv... Lernt man in der Arbeitswelt tatsächlich effektiv... Und letztendlich war das Auto auch egal. Der hat nur ne Impulsnate benutzt. Ne Impulsnate mit Ballons. Wozu braucht... Ne, ist kein Chapter 3 Video, ist ein Chapter 4 Video. Aber gut, im Kampflabor, ne? Beziehungsweise Creative. Maximale Komplikationen für eine der simpelsten Aufgaben. Grandios. Das ist nur ein Short auf YouTube. Die genialen Content liefern und über 300.000 Likes sammeln. Die Kurzvideos, genauso wie auf TikTok, sind wie Olle und verbreiten sich wie ein Lauffeuer teilweise. Zum Beispiel auch diese Geschichte. Schauen wir mal an, was ich hier so... Und dieser Song ist komplett überall. Jedes Video. Selbst Real-Life-Videos, Roblox-Videos, Tumbleguys-Videos. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal! Was war ich gerade sehend? Was ist der Content? Was ist der Mehrwert von diesem Video gerade gewesen? Was für ein Content wurde ich hier gerade rübergebracht? Welchen Mehrwert, Wissen, Unterhaltungsfaktor? Der war ja nicht mal Comedy dabei. Das war ja... Da hat ein Typ selber seine Wie-Wax-Karte eingelöst und hat ein Co-Skin gekauft. Im Shop 60.000 Likes, Leute! Ah! Ah, die Eier schupfen wieder nach innen. Junge, wieso mache ich mir eigentlich immer so viele Gedanken über alles Mögliche, was man den Leuten näher bringen kann, Wissenswerte, wenn ich auch einfach euch zeigen kann, wie ich im Spinden eigene Skin kaufe, oder? Es ist ja nicht mal irgendwo ein Sketch oder irgendeine Comedy-Einlage oder sowas, dass er irgendwie getrottet wurde. Keine Ahnung. Er hat sich einfach Wie-Wax-Karten gekauft, hier eingelöst und dabei seinen Creator-Code beworben. Geil! So kriegt man die Leute also zum Creator-Code eintragen, indem man einfach eine Wie-Wax-Karte selber einlöst und das dann... Ah! Gott sei Dank! Nick A30, die Rettung der Contents. Wenigstens ein vernünftiger. Wird bestimmt was super produzieren. Mal schauen, was er da produziert hat. Ah! Eine wunderschöne Troll-Trap. Ah! Das ist super. Da steckt wirklich eine Idee dahinter. Und auch wenn vor fünf Jahren, Alter, man wirklich schon alle möglichen Troll-Fallen gemacht hat mit was auch immer mit Stachel-Fallen damals, das sieht vielversprechend aus. Bin mal gespannt. Oh, ich seh alles zerbrochen, ne? Junge, das Problem... Immer wenn ich sowas mache, Leute, oder Hand hoch, wer kennt das auch? Immer wenn ich sowas mache, 30 Minuten lang kommt kein einziger Gegner. Und das an eines der meistbesuchtesten Orte immer, ne? Du landest in Tilted, machst irgendeine Falle, denkst du, ha, ich tue gleich jemanden. Der kommt jetzt rein und holt sich meine legendäre Waffe, Alter. Da sitzt du da, ne, wie so eine Hasenfalle aufgestellt in den Busch und der ganze Tag vergeht und es kommt keine einzige Sau. Sonst landest du in der Runde, ne, zehn Leute da gelandet, 50 Kerle und was auch immer, eine Million von Loot und so weiter. Die ganze Familie ist dort gelandet, eine Sippe mit vorbeigebracht. Du hast perfekt deine Falle präpariert. Aber 30 Minuten lang. Die Zone geht schon wirklich Endzone um dich herum, ne? Du bist da wirklich drin, kommittest auf die Aufgabe. 30 Minuten lang in dieser Runde. Die Zone schlägt sich um dich und es kommt kein einziger Typ. Das ist so, wenn ich üblicherweise die ganze Sache mache, ne? Aber immer, wenn ich ein TikTok oder ein YouTube-Video sehe, die produzieren sowas täglich, da laufen fünf Millionen Gegner genau in immer ein und dieselbe Falle rein. Irgendwie so. Erst muss er jemanden anlocken. Komm. Komm. Komm, komm. Ja, 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 ja. Er ist da, er ist da. Ich wollte ihn, die Bullets sehen. Ich wollte ihn, die Bullets sehen. Da ist er, da ist er. Ja. Er ist da, er zieht sich um dich. Land, Land, Land. Ja. Und der Satz. Oh. Was meint ihr? Hat er sich selber noch gerettet oder nicht? Aber. Schöne Sing. Ne, schöne Sing. Ne, wirklich schöne Falle in Citadel, dass man das machen kann. Keine Ahnung, ob er schnell genug den Hammer noch rausgebracht hat. Wieder diese Geschichte hier. Das hat 200.000 Aufrufe, Chat. Das hat 200.000 Aufrufe. Und das soll zeigen, dass die Leute einen 999er Pink haben in Creative, wo der dann einfach ein paar Figuren aufgestellt hat. Aber deep down, I can tell it's wrong. Männer kennen das. Kennt ihr das? Wenn man einfach mal so sein Bein, wenn man in der Öffentlichkeit ist, damit er mit der Hose nicht rumkrammen muss, da unten, musst du dein Bein so ein bisschen locker machen, damit sich das löst. Männer, ihr wisst, was sich lösen muss. Liebe Frauen, hinterfragt das nicht. Manche Sachen kleben halt fest und müssen gelöst werden. Nach diesem Clip hat sie bei mir so einiges festgeklebt. Gut, wird nicht besser, ne? Ah, was sind das für Soundtracks und Ermalungen, Alter. Weißt du, bei meines ganzen Story-Videos bläst ich irgendwie epische Musik, rein passend zum Thema, mysteriöse Musik, um ein Ambiente und ein Mysterium zu verdeutlichen. und dann machst du diesen Short auf. Mie 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 M Hey, grandiose Leistung, Kollege, du hast was geschafft in deinem Leben. Und was soll das für ein Kiddie-Remake sein, Alter, von einem der tollsten Songs überhaupt? Bin ich zu alt geworden? Bin ich in den letzten acht Jahren, YouTube und so weiter, irgendwie rausgewachsen aus diesen ganzen Kinderkrams? Und musste ich da irgendwie wieder einen Rückschritt machen, um sowas zu produzieren, um die 300.000 Likes zu schaffen? Meine Community ist älter geworden, Leute, die mich mit zehn Clash Royale geguckt haben, die sind zwischen 17. Einige sind wahrscheinlich schon verheiratet, haben Kinder bekommen und so weiter. Wir sind alle älter geworden. Die Leute, die mich zuschauen, sind älter geworden. Die Leute, die mich nicht mehr zuschauen, sind auch älter geworden. Muss ich wieder jünger werden? Muss ich wieder mit dem Kind sympathisieren? Hallo, meine lieben Kinder. Heute machen wir voll den krassen Thron. Und ich baue jetzt eine Skybase. Und diese Skybase wird voll krass. Oh, nein! Oh, boy, Alter, lass mich das bloß nie wieder machen, Shit. Ah, ja! Ne, ganz... Der Map sieht auch ein bisschen komisch aus, ein bisschen leer. Ist das irgendwie ein Trend mit diesem eingefrorenen Content, wo die NPCs in Creative platzieren, beziehungsweise einfach Statuen oder vielleicht auch Mitspieler? Ist ja auch wurscht. Ist das irgendwie ein neuer Trend? Habe ich irgendwas verpasst, Leute? Muss ich darauf ab? Ich meine, Geschauspieler hat sowieso die Hälfte davon, aber muss man sowas machen? Ist das das coole Zeug? Ist das wieder was die coolen Kiddies brauchen? Muss ich da wieder... Wait, are they robbing a store? Das einzig coole ist die Jojo-Referenz hier, ne? Der ist aber auch noch benutzt, damit die Zeit eingefroren ist. Die Transition ist halt nice und so weiter. Aber letztendlich, welchen Mehrwertwort hatte jetzt dieser Content? War auch nicht mal wirklich krass lustig oder sonst was, ne? Muss man dafür wirklich ein bestimmtes Alter haben? Bin ich wieder zu alt? Ich fühl mich alt. Ah, ich brauche auch Kinder, Leute. Ich muss auch Kinder produzieren. Partyroyal, das ungeschriebene Gesetz in Fortnite. Das ist die Abteilung, die den eigentlich jeder meiden sollte, ne? Das ist eine ganz, ganz spezielle Geschichte. Partyroyal, da befinden sich die ganz besonderen Menschen, Leute. Und zwar die Menschen, die mit sowas Wertschätzung und Anerkennung suchen. Egal ob TikTok oder Sport, Leute. Das ist sowas, 165. Ja, das war bestimmt eines der lustigsten Fortnite-Clips, die ich jemals gesehen habe. Weil jemand in einen pinken Skull Trooper gewechselt hat. Und dann, der gelieft ist, weil er den Eldons gemacht hat. Und bestimmt nicht wieder irgendein Friend war, der einfach pausiert hat. Bisschen gepostet hat, damit man den Konten... Ah, Leute. Es ist offiziell. Ich bin zu alt für Fortnite-Shorts oder sonstiges. Aber, los geht's. Wir kriegen bestimmt einen Fluss überquert, wenn man zwei Jahre alt ist. Einfach gerade ausgehen.